Hallo zusammen, mein Name ist Gerald und wir schauen uns heute gemeinsam die Aktie von Logitech an. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Money in the Box. Dieses Video dient nur der Unterhaltung. Es stellt keine Anlageberatung dar und jeder von euch ist natürlich selbst dafür verantwortlich, ob er Aktien eines Unternehmens kaufen möchte oder nicht. Am Anfang jeder Analyse schauen wir mal auf die Basisdaten und wir stellen uns natürlich die Frage, was macht Logitech eigentlich? Und nein, Logitech ist diesmal kein US-amerikanisches Unternehmen, sondern ein Schweizer Unternehmen. Und nachdem ich sonst ja eigentlich nur US-amerikanische Unternehmen mache, gibt es diesmal einen Impuls und von daher Dankeschön an den Genussradler für die Idee. Und Logitech gehört zu einer richtigen Zungenbrecherbranche, nämlich Technology, Hardware, Storage and Peripherals. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund 9 Milliarden US-Dollar und das Geschäftsjahr ist abweichend und geht von April bis März. Und insgesamt beschäftigt die Logitech rund 8.200 Mitarbeiter. Bei dem Blick auf die Branche und die Wettbewerber gibt es ja immer verschiedene Sichtweisen und wir fangen mal an mit der Marktkapitalisierung. Und beim Blick auf den Börsenwert haben wir gleich ein Problem, weil leider in Anführungszeichen ist die Apple mit in dieser Branche und die hat eine Marktkapitalisierung von 2,7 Billionen US-Dollar, also 2.700 Milliarden US-Dollar und die macht alles platt. Unsere Logitech mit rund 9 Milliarden Marktkapitalisierung befindet sich auf Rang 14, eingerahmt von der Quanta Computer und der Pure Storage. Das Ranking nach den Umsätzen ist nicht ganz so krass, aber geht in die gleiche Richtung. Ganz vorne ist wieder die Apple und unsere Logitech mit 5 Milliarden US-Dollar Umsatz circa liegt auf Rang 23, eingerahmt von Brother und Super Micro Computer. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, weil in den Kommentaren neulich so eine Diskussion hochkam. Ja, das ist vielleicht kein so ein gutes Unternehmen, weil es hier in dem Ranking nach Revenues oder nach Marktkapitalisierung nicht ganz so weit vorne ist. Warum machen wir das hier? Einfach um einen Überblick über den Wettbewerb zu geben und mal zu schauen, an welcher Position steht dann das Unternehmen. Aber wie bei Logitech, ob das jetzt auf 23 oder auf 18 steht, sagt das über die Güte des Unternehmens noch gar nichts aus. Vor allen Dingen, wenn wie hier das Feld sehr heterogen ist und die Firmen eigentlich doch ziemlich unterschiedliche Sachen machen. Zuerst noch der kleine Einschub. Die Logitech ist weltweit tätig und jetzt schauen wir gleich mal, was macht die eigentlich? Ich sage mal, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr die Logitech kennt, die ist ziemlich groß. Müsste man aber jetzt das Geschäftsfeld in einem Satz zusammenfassen, dann stellt man fest, das ist gar nicht so einfach. Und hier haben wir mal einen Versuch. Es geht nämlich um Produkte, die Menschen mit digitalen und Cloud-Erlebnissen verbinden. Schauen wir uns doch mal das Produktspektrum etwas genauer an, dann kann man das auch besser greifen. Also es geht um kabellose und kabelgebundene Mäuse und Tastaturen, aber auch um Wohnzimmertastaturen und generell Tastatur-Maus-Kombinationen. Dazu kommen dann noch PC-Webcams und Tastaturen für Tablets und Smartphones, sowie sonstiges Zubehör für mobile Geräte. Und dann natürlich das ganze Thema Gamer-Equipment. Das sind spezielle Tastaturen, Mäuse und Headsets, aber auch Simulationsprodukte, wie zum Beispiel Lenkräder und Flightsticks. Und dann das breite Feld der Videokonferenzprodukte, also Conferencecamps für Unternehmen, aber auch Webcams und Headsets oder Controller für Videokonferenzraumlösungen. Weiter geht es dann mit dem ganzen Thema Lautsprecher, also drahtlos, Bluetooth und Wi-Fi, aber auch mobil und tragbar, PC-Lautsprecher, PC-Headsets und Mikrofone. Und das ganze Thema In-Ear-Kopfhörer und drahtlose Audio-Variables. Aber auch Home-Entertainment-Controller und Home-Security-Kameras. Die Vertriebschannels sind ziemlich breit angelegt. Die reichen von Distributoren für Unterhaltungselektronik, Einzelhändler und E-Tailer auf der einen Seite und Massenhändlern, Fachgeschäfte, Computer- und Telekommunikationsgeschäfte, Mehrwert-Wiederverkäufer und Online-Händlern auf der anderen Seite. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die verschiedenen Marken. Da haben wir Logitech, Logitech G, Astro Gaming, Streamlabs, Blue Microphones, Ultimate Ears und Jaybird. Zum Schluss in dieser Sektion noch einen Blick auf die Aktionärsstruktur. Und da haben wir was Besonderes, weil diesmal haben wir nur einen Anteil von 48% von Institutionellen. Und für uns Kleinen gibt es tatsächlich einen Anteil von 51%. Und wie immer, der Rest ist für den Rest. Und jetzt mache ich mal eine Vermutung. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass wir hier ein relativ kleines Schweizer Unternehmen haben. Und damit schauen wir uns jetzt mal an, was da in den Zahlen so abgeht. Und es fängt gleich gut an mit der Top-Line-Revenue-Umsatz mit einer richtig dicken Überraschung. Wir haben in 2022 einen Umsatz von 5,5 Milliarden US-Dollar. Auf Einjahresbasis eine Zunahme um 4,4%. Auf Fünfjahresbasis um 113,5%. Ausrufezeichen. Also wir sehen eine konstante Steigerung. Die 113,5% auf Fünfjahresbasis sind ja richtig ordentlich. Aber den ganz großen Sprung gab es von 2020 auf 2021. Was war da los? Wissen wir alle, Covid, Homeoffice. Und auf einmal brauchten die Leute so richtig viel Equipment. Diese Entwicklung speichern wir jetzt mal im Hinterkopf ab, weil im Laufe der Analyse wird uns die noch öfter begegnen. Beim Umsatz ist das Geld zumindest schon mal auf den Tresen gelandet, aber ist auch reingekommen in die Dash. Schauen wir auf die Bottom-Line-Net-Income oder Gewinn. Und in 2022 stehen hier 0,6 Milliarden US-Dollar zu Buche. Das ist allerdings ein Rückgang auf Einjahresbasis um 34,8%. Aber eine Zunahme auf Fünfjahresbasis um 44,8%. Wir haben also langfristig eine Steigerung. Jetzt haben wir schon mal so eine kleine Idee, weil jetzt setzen wir als nächstes Net Income und Revenue zueinander ins Verhältnis und landen bei Return on Sales, der Netto-Umsatzrendite. Und es ist keine Überraschung. Wir sind zweistellig bei 11,8% in 2022. Aber es ist ein deutlicher Rückgang gegenüber 2021. Trotzdem ist es langfristig steigend. Und das gefällt mir natürlich. Solche Zahlen sind auch bei produzierenden Unternehmen hier gar nicht unüblich. Es ist nämlich meistens so, dass man entweder die Profitabilität verbessert, also hier die Netto-Umsatzrendite, oder die Umsätze ausweitet. Beides gleichzeitig ist sehr selten. Und wenn das gelingt, dann hat man ein skalierendes Unternehmen. Aber hier haben wir das nicht. Als Aktionär ist man ja Mitinhaber des Unternehmens und erhält damit einen Anteil am Eigenkapital. Deswegen schauen wir uns mal die Eigenkapitalverzinsung an, ROI oder Return on Equity. Im Geschäftsjahr 2022 landen wir hier bei 26,9%. Ein wirklich guter Wert, der natürlich dicke zweistellig ist und langfristig steigend. Aber in 2021, ja, da war er bei 41,9% und deswegen ist er nur langfristig steigend. Wenn wir schon bei der Profitabilität sind, dann schauen wir als nächstes auf den ROCKE Return on Capital Employed oder zu Deutsch Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals. Da gibt es verschiedene Berechnungsmethoden. Ich benutze hier EBIT im Zähler und im Nenner Total Assets minus Current Liabilities. Und hier sehen wir in 2022 einen Wert von 30%. Das ist schon mal nicht schlecht. Wichtiger als der absolute Prozentwert ist aber hier die Tendenz und langfristig steigt das und das gefällt mir. Und auch hier könnt ihr euch die Entwicklung nochmal abspeichern, weil das wird alles noch eine Rolle spielen. Dann schauen wir als nächstes mal auf die Bilanzstruktur und wir beginnen mit dem Fremdkapital und sehen in 2022 1,6 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten. Und das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber 2021. Dann schauen wir mal auf die Entwicklung des Eigenkapitals und wir sehen hier in 2022 2,4 Milliarden US-Dollar. Das ist auch eine Zunahme gegenüber 2021 und das gefällt mir natürlich. So und die Grafik kennt ihr ja schon von ein paar anderen Analysen und diesmal schaut sie eigentlich so in die Richtung aus, wie sie tatsächlich ausschauen sollte. Weil wir haben hier im dunkelgrünen Bereich einen Substanzwert, der liegt in 2022 bei 1,9 Milliarden US-Dollar. Und weil das inzwischen keine Selbstverständlichkeit mehr ist, muss ich dazu sagen, plus 1,9 Milliarden US-Dollar. Für diejenigen unter euch, die neu dabei sind, ganz kurz die Erklärung. Eigenkapital ist ja Total Assets minus Verbindlichkeiten. Das ist eine Residualgröße. Und dann darf man inzwischen den Goodwill in das Eigenkapital einstellen. Da gibt es zweierlei Arten. Den originären Goodwill, das sind hier die Other Intangibles oder immaterialen Wirtschaftsgüter. Und den derivativen Goodwill, der steht hier als Goodwill. Und das ist der Preis, den man zu viel zahlt, wenn man andere Unternehmen übernimmt. Richtig, nach klassischen Bilanzrelationen haben die da nichts drin verloren. Und darum rechne ich die raus. Und der Substanzwert ist praktisch Eigenkapital abzüglich Goodwill. Wie gesund das Unternehmen ist, sieht man, wenn man auf Eigenkapital und Substanzwertquote schaut. Und wir sehen hier eine Eigenkapitalquote von 59,4 Prozent und eine Substanzwertquote von 52 Prozent. Da muss man ganz ehrlich sagen, Quoten in den Bereichen muss man suchen. Also haben wir hier ein bilanziell wirklich gesundes Unternehmen. Dann schauen wir gleich auf das nächste Risiko. Das ist nämlich im Bereich Liquidität. Und das können wir auch frühstücken über die Current Ratio. Das ist das Verhältnis zwischen Current Assets und Current Liabilities. Da sollte man so bei 1,5 liegen. Hier sind wir angestiegen auf 2,2. Das ist steigend und sind Top-Werte. Naja, aber da werden wir dann herrnach gleich dazukommen. Da ist die Frage, ob das nicht schon ein bisschen zu viel des Guten ist. Vorher schauen wir mal auf das Thema CapEx zu Abschreibungen oder Reinvestment Rate. Hier geht es um die Zukunftsfähigkeit. Der Name sagt schon Reinvestment Rate. Inwieweit gelingt es, die Alterung des Anlagebestands durch Investitionen auszugleichen? Die Kennzahl ist relativ einfach gestrickt. Größer 100% bedeutet, dass wir die Produktionskapazitäten modernisieren und ausweiten. Und kleiner 100% hat genau das Gegenteil. Hier sehen wir, in the long run liegen wir so um die 100% rum. Das heißt, wir investieren genug, um uns nicht veralten zu lassen. Und jetzt wisst ihr, jetzt geht es um Free Cash Flow, Dividendenvolumen und Payout Ratio. Und jetzt kommt die Wahrheit auf den Tisch. Im dunklen Balken sehen wir den Free Cash Flow, also operativer Cash Flow minus Capital Expenditures, CapEx. Und da sehen wir, der ist massiv rückläufig und liegt nur noch bei 0,2 Milliarden US-Dollar in 2022. Und das gefällt mir natürlich nicht. Das Dividendenvolumen ist leicht steigend, auch ungefähr bei 0,2 Milliarden US-Dollar. Und damit haben wir eine Payout Ratio, die bei ungefähr 76% liegt. Und das ist schon verdammt hoch. So, und jetzt haben wir uns ja gemerkt gehabt, also 2021, 2022, da gab es starke Veränderungen. Jetzt haben wir in 2022 dann doch Kennzahlen, die jetzt insgesamt nicht ganz so gut sind. So rückläufige Free Cash Flows gefällt uns nicht so. Wo kommt das her? Also wenn wir nochmal gucken, dann hatten wir Net Income geht zurück, Current Ratio geht massiv hoch, Free Cash Flow geht massiv runter. Der Schuldige ist ja immer gleich ausgemacht, das ist nämlich das Working Capital, das Inventory, also die Lagerbestände sind massiv hochgegangen. Und das führt hier in dem Bereich zu einer massiven Verschlechterung der Free Cash Flows. Als nächstes auf den Tisch kommen die Diluted Shares Outstanding. Das ist die Entwicklung aller Aktien, die potenziell auf den Markt kommen könnten. Und da sehen wir, das ist wieder leicht rückläufig und von daher passt es schon. Und eigentlich ist es ja gar nicht so wichtig, wie viele Anteilsscheine unterwegs sind. Viel wichtiger für einen Aktionär ist, was bleibt denn bei einem einzelnen Anteilsschein hängen. Das schauen wir uns jetzt an beim BPS, beim Book Value per Share. Ja, und da sehen wir, dass der BPS deutlich steigt und das gefällt mir natürlich. Und der BPS hat ja zu tun mit der Bilanz, deswegen schauen wir jetzt auf Earnings per Share EPS. Und der hängt ja an der Gewinn- und Verlustrechnung oder dem Income Statement. Ja, und da sehen wir, langfristig steigt das Ganze schon, aber kurzfristig auf Einjahresbasis haben wir schon einen erheblichen Rückgang. Und der Sprung in 2021 hängt natürlich an dem Covid-Sprung und der Rückgang in 2022 natürlich im Aufbau des Inventors. Und jetzt schauen wir als nächstes auf die Preis-Wert-Relation, inwieweit Preis und Wert in der vernünftigen Relation stehen. Beim Blick auf den Aktienkurs sehen wir, dass wir die Logitech International zurzeit für 57 US-Dollar und 61 Cent erwerben können. Und das ist ein deutlicher Kursrückgang auf Jahresbasis von 47,04%. Also Pi mal Daumen hat sich die Logitech fast halbiert. Um da jetzt ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das eher günstig oder eher teuer ist, schauen wir mal auf die Entwicklung der Multiples oder Multiplikatoren. Und wir beginnen mit dem bekanntesten, dem KGV, dem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Aktuell haben wir einen Wert von 15,2. Das ist eine Amortisationskennzahl und bedeutet, dass wir 15,2 Jahre lang die Gewinne sparen müssen, bis wir uns die Aktie an der Börse kaufen können. Und wir sehen ganz klar, das KGV ist rückläufig und im Zeitraum sind die 15,2 ziemlich niedrig. Relativ gesehen bedeutet das, dass im gesamten Zeitraum die Logitech immer teurer war als heute, gemessen an den Gewinnen. Als nächstes schauen wir uns mal das KCV- oder Kurs-Cashflow-Verhältnis an. Wichtig, ich benutze hier die Free Cash Flows, also Cash Flows from Operations abzüglich Capital Expenditures, den CapEx, Ausgaben für langlebige Wirtschaftsgüter. Und hier sehen wir ein ziemlich anderes Bild als vorher. Wir landen nämlich aktuell bei 46,9 und das ist im Zeitraum eher hoch. Wenn wir uns erinnern, woher kommt das? Naja, ganz klar, wir haben Inventory aufgeblasen, Working Capital, damit geht der Free Cash Flow zurück. Und wenn wir dann die Kurse durch die Free Cash Flows teilen und die werden immer kleiner, dann muss die Kennzahl größer werden. Und bewerten wir jetzt den Kurs der Logitech auf Basis der Free Cash Flows, dann können wir sagen, das Ganze ist nicht günstig. Das nächste Multiple, das wir uns anschauen, ist der Enterprise Value im Verhältnis zum EBDA. Hier ist die Konzeption ein kleines bisschen eine andere. Der Enterprise Value ist nämlich Marktkapitalisierung plus Fremdkapital abzüglich Cash. Und diese setzen wir dann in Relation zum operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Hier sehen wir aktuell einen Wert von 11,2, der ist massiv rückläufig, wie wir sehen. Und im Zeitraum ist der eher niedrig, sogar der niedrigste im gesamten Zeitraum. Und wenn wir mal einen Benchmark hernehmen für Electrical Equipment, der liegt bei 17,2, da sind wir deutlich drunter. Für viele Investoren ist die Dividende ziemlich wichtig, deswegen schauen wir auf die Dividendenrendite. Die liegt bei 1,6 Prozent. Aktuell ist wieder steigend, aber die Logitech ist natürlich kein klassischer Dividendenwert. Und damit sollten wir uns jetzt mal Gedanken über die Bewertung der Logitech machen. Ja, und da sehen wir ein interessantes Bild, weil wir haben nämlich ca. 55 Prozent auf der Käuferseite. 22 Prozent wissen nicht so recht, was sie machen sollen. Und genauso viele wollen die Logitech aber ganz schnell wieder loswerden. Und entsprechend sind auch die Kursziele, die liegen nämlich zwischen 30,6 und ca. 85 US-Dollar. Also schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an und wir gucken als erstes auf die Cash Conversion Rate, also die Fähigkeit des Unternehmens aus Gewinnen, Free Cash Flows zu erzeugen. Und hier landen wir bei 0,3 in der Cash Conversion Rate in 2022. Und das ist nur mehr Mittelmaß, aber ziemlich schlechtes Mittelmaß und es ist verdammt enttäuschend. Nächster Punkt in der Transformation, das ist die Zinsbelastung, Dividendenvolumen und die Sales Conversion Rate. Also erstens, Zinsaufwand haben wir keinen, Top-Haken dran. Dividendenvolumen steigt zwar, aber ist in Größenordnungen, wo es uns nicht wehtut. Aber jetzt Sales Conversion Rate, die ist dramatisch fallend auf 4 Prozent, also die Fähigkeit des Unternehmens, Umsätze in Free Cash Flows zu verwandeln. Und das ist einfach nur enttäuschend. Nur superschnell und nur der Vollständigkeit halber kein Zinsaufwand, logischerweise auch. Keine Zinstragfähigkeit, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Damit biegen wir gleich ab auf das Discounted Cash Flows Verfahren und wir beginnen mit der Margin of Safety nach der Money in the Box Systematik. Das dürfte wahrscheinlich einer der niedrigsten Werte sein, der mir jemals unterbekommen ist. Wir landen nämlich bei 5 Prozent, nur ein kleines Issues mit der Payout Ratio und mit der Dividendenrendite. Aber die sind praktisch vernachlässigbar. Dann müssen wir jetzt die Free Cash Flows abschätzen und ich mache das ja immer über eine Szenariorechnung. So und jetzt müssen wir aufpassen, wir haben hier eine systematische Vorgehensweise, aber das hier einfach ganz stur anzuwenden, das funktioniert hier nicht. Wir sehen hier die Wachstumsraten in den verschiedenen Szenarien im dunklen Bereich für die Umsätze. Und wenn ihr euch erinnert an die Umsätze vorher, dann hatten wir von 20 auf 21 einen Wahnsinnswachstumsschub. Der war wirklich outstanding und ist überhaupt nicht repräsentativ. Wenn man den rausrechnet, kommt man auf ganz andere Zahlen, dann kommt man nämlich ungefähr auf 5 Prozent Umsatzwachstum. Anders ist das Thema bei der Sales Conversion Rate. Die ist ziemlich homogen im Zeitraum, ist zwar auch rückläufig, aber hier kann man durchaus mit den Szenarien rechnen. Beim Diskontsatz, also der Gewinnerwartung, geht man mindestens vom VEC den Weighted Average Cost of Capital aus und der liegt zurzeit bei 6,7 Prozent. Aus Risikogesichtspunkten mache ich dann meinen kleinen Aufschlag und deswegen gehe ich mit einem Diskontsatz von 8,5 Prozent ins Rennen. Dann haben wir noch ein Langzeitwachstum und hier benutze ich mal 1,5 Prozent. Jetzt brauchen wir nur noch die Abschätzung der Wachstumsraten für die nächsten zehn Jahre und da orientiere ich mich ungefähr am Mittelwert ohne den Ausreißer von 20 auf 21. Da liegen wir ungefähr bei 5 Prozent und mit diesem Wert gehe ich auch ins Rennen. Und dann schauen wir mal, was das Discounted Cashflow Verfahren hergibt. Wir sehen hier in der ersten Spalte Sales Conversion Rate die vier Szenarien, danach den inneren Wert mit dem Money in the Box Risikoabschlag, Margin of Safety, prozentual und absolut und dann haben wir den inneren Wert abgeschätzt nach der Money in the Box Systematik rechts außen. Die Wertabschätzung liegt zwischen 55,60 US-Dollar und rund 72 US-Dollar. Aktuell haben wir einen Wert von 57,61 US-Dollar. Also die Szenarien, da ist die Aktie überwiegend mit Potenzial nach oben. Und mit der Aussage gehen wir jetzt in die SWOT-Analyse für die Logitech und wir beginnen wie immer mit den Stärken. Weltweit tätig, weltweiter Markt. Die Logitech ist ein Premium-Anbieter. Sie bezahlt eine Dividende und ganz klar, sie ist finanziell kerngesund. Schwächen, da muss man ganz ehrlich sagen, die Kennzahlen sind durch Sondersituationen, insbesondere die Covid-Situation, verzerrt. Und die zweite Situation, wir haben derzeit hohe Bestände, was auch so ein bisschen nicht repräsentativ ist. Was für Chancen gibt es? Ganz klar Homeoffice und Virtualisierung. Da haben wir im Endeffekt Bedarf für die Produkte. Da ist man auch mal bereit, ein bisschen mehr auszugeben. Und das Thema, warum der Genussradler wahrscheinlich den Wert vorgeschlagen hat, die Kurse haben stark gelitten. Also das könnte potenziell eine Einstiegsgelegenheit sein. Was haben wir für Bedrohungen? Ich sage mal, erstens Bestandsentwicklung, zweitens Bestandsrisiken und drittens Spracheingabe. Ich habe das Thema Spracheingabe nur mal der Vollständigkeit halber mitgenommen, weil die Logitech natürlich ja auch Mikrofone, Headsets und Konferenzlösungen bietet. Aber es ist natürlich so, das sollte mal das Thema weggehen von Maus und Tastatur, von Eingabegeräten. Dann wäre schon ein großer Part der Logitech auf einmal so ein bisschen verschwunden. Als Niederbayer, was man so ein bisschen hört, stehe ich dem Ganzen skeptisch gegenüber, wenn ich mir anschaue, wie schlecht die Sprachsteuerung mit meinem Dialekt funktioniert. Da muss ich sagen, das sehe ich auf Jahre hin nicht. Ganz anders ist die Situation bei den Beständen. Wir haben gesehen, so schön das Ganze für die Eigenkapitalquoten ist, aber Free Cashflow, so Geschichten, gefällt mir nicht so gut. Dann sind es ja technische Geräte, vor allen Dingen ganz viele Fertigprodukte. Die können auch technisch veralten. Was macht man dann? Da muss man die abschreiben und dann hat einem das gar nichts gebracht. Sollte es jetzt umgekehrt mit den Supply Chain Problemen weitergehen, hat man natürlich den Vorteil, dass man lieferfähig ist für die Zukunft. Ihr seht schon, da sind viele Fragezeichen. Fragezeichen bedeutet Unsicherheit. Unsicherheit ist nicht gut für Investoren. Darum ist für mich die Logitech trotz der großen Kursrückgänge und trotz der ziemlich guten Bewertung im Discounted Cashflow-Verfahren zurzeit nur eine Halteposition. Die Bestandssituation ist mir derzeit einfach zu unsicher. Und da schenke ich lieber ein paar Prozentpunkte Rendite her, wenn ich dafür bessere Klarheit über die weitere Entwicklung des Unternehmens habe. Und natürlich stelle ich mir jetzt die Frage, wie steht ihr zur Logitech? Schreibt mir es in die Kommentare. Das war meine Analyse auf meinem Kanal Money in the Box. Für euch wie immer kostenlos, hoffentlich nicht umsonst. Natürlich freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Am besten abonniert ihr gleich den Kanal, dann versäumt ihr nichts. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüss, euer Gerald von Money in the Box.